herzlich willkommen liebe kanalmitglieder und herzlichen dank für eure unterstützung wir sind mittlerweile über 100 mitglieder ein wahnsinn und jetzt ist zeit dass ich meinen wenigen arsch für euch aufreise heute geht es darum jemand hat in den kommentaren gefragt möge ich doch die einstellungen des stm 630 modbus v2 zähler von airstrom für den die 12 volt hybrid inverter zeigen nachdem er scheinbar etwas herumgefummelt hat was ist sein problem er schafft es nicht auf diesen telefonhörer zu kommen ich vermute mal das problem wird sein dass die adresse hier nicht richtig gesettet ist das habe ich übrigens auch bei diesem produkt gehabt das ist für den ep 600 erzähler für die ploetti nur dass wir das auch gesehen haben auch recht nice da mit den ganzen rund um den hinterleuchteten display trotzdem der airstrom ist dem 630 ist ein feiner kerl aber achtung es geht nur der v2 ich zeige euch dann noch auch noch am gerät die setting und es gibt ein eigenes video bezüglich den stromwandlern da zeige ich euch wie man mit dem trick 17 dann relativ cool die phasenlage checken kann zwecks den watt 6 den verbrauch da werden einfach mit den heizlüfter die phasen durchchecken da mache ich auch ein eigenes video auch im bereich der stromwandler ziemlich viel miss passiert aber jetzt genug der worte jetzt wird es zeit dass wir reinschauen das passwort ist 1000 das glaube ich muss man alle jetzt durchgehen und bestätigen oder länger drauf bleiben auf die enter-taste wunderbar jetzt haben wir schon und hier ist wichtig dass man eben diese adresse hat 001 weil man die nicht hat kann nämlich der inverter nicht mit den zähler kommunizieren ein wenig ein gewackelt man an der kamera ankommt jetzt geht es weiter die bautrate ist 9600 das dürfte irgendein parameter sein dass auf non gesetzt setzt ob ist auf 1 kann ich euch nicht beantworten set relay wird wahrscheinlich ein relay sein internes kann ich auch nicht beantworten jetzt hört das wackeln gar nicht auf da bitte jetzt einfach nur schauen ob die einstellungen bei dir so passen weil bei mir läuft das system und das kannst du noch verstehen drei phasen vier leiter hier ist ein clear und jetzt sind wir schon wieder beim passwort du kannst ein anderes passwort vergeben und ich glaube aussteigen tust du in den dass du länger glaube ich auf escape bleibst wunderbar ich bin wieder draußen nach wie vor wir haben den telefonhörer und jetzt ist zeit dass man dann zum gerät zum teil rüber schauen nebenbei noch oben die anschluss belegung ab underground also b minus underground ich habe das hier so lustig gelöst dann mit seinem adapter für netzwerk kabel kann man so lösen und jetzt gehe ich zum teil mit diesen heizlüfter mit 2000 watt zu einem schwindeligen adapter mit starre leitungen auf schuko mache ich dann hier unten einen last test das zeige ich euch dann damit kann man dann überprüfen ob das ganze rund um der phasenlage passt die größten fehler passieren ganz einfach dass man dann irgendwo in der installation hier ein dreher rein bekommt beziehungsweise auch wenn man die stromwandler montiert dass man dann dort irgendeinen mist baut aber jetzt zurück zum zähler der zähler gehört auf dem meterport hier gesteckt und jetzt rauf ins menü jetzt sind wir menü natürlich meine batterie ist heute sehr leer also hier nicht wundern war eine woche lang nichts zum holen in den advanced function muss man dann runter gehen und hier extern meter vor current device auswählen und hier bitte den ist ron auswählen schauen wir mal ob man da etwas verändern kann es gibt die version version no meter oder den chinten 666 wir haben aber den erstron den istron wie gesagt nur der v2 da muss man genauso das häckchen setzen das ganze hier drüben bestätigen und immer noch einmal zur sicherheit reingehen ob das ganze auch klappt haben wir wir haben vorhin telefonhörer gesehen und diese leistungsdaten die was wir jetzt hier oben sehen sind ja uns jetzt davon erstron also von den smart meter gemeldet geworden und da noch ein tipp am rande beim system work mode diese zero export to city eingeschaltet lassen weil nämlich teilweise mit einer anlage test ist wenn du hier auf zero export to load gehst ich werde das bestätigen kann dir passieren natürlich jetzt ist der vorführeffekt dass er dir dann hier ab ist jetzt schon passiert man hat es gerade gesehen ich habe nach wie vor die gleiche leistung hier einfach andere werte anzeigt was eigentlich ein fubar ist weil wir haben wenn ich jetzt rüber schau noch einmal 2000 watt die was hier gezogen werden und zurückmelden tut uns 138 das hat damit zu tun hier ist scheinbar ein bockt ein pack drin nicht ein bock sondern ein pack drin und jetzt wird das ein wenig dauern und dann werden wir sehen dass ich das ganze wieder da fängt weil sollten um die jahre genau ist schon passiert um die 2000 watt sein also das nur für euch als info immer auf zero export to current device gehen oder was glaube ich auch funktioniert das selling first menü nur für euch als info und jetzt da werde ich hier mit meiner schwindeligen geschichte wenn wir da jetzt rein gehen noch einmal überall die 2000 watt ich gehe jetzt auf die phase 1 ganz russisch da wäre zuschauen lustig es brutzelt und arbeitet und jetzt das sollte auf der phase 1 eigentlich die last rauf gehen aber es wird mir wunderlicher weise jetzt nicht richtig zurück gemeldet absoluter fubar eigentlich hätte es hier sollen auf phase 1 2000 watt mehr last sein das kann jetzt damit zu tun haben mit der zero export to city jetzt gehen wir hier mal auf selling first wenn er ausregelt bei der 0 einspeisung passiert das eine nicht wie gesagt ich habe den heizlüfter auf 2000 watt gedreht das ist der schnelltest jetzt passt es habe sie es gesehen phase 1 ich gehe weg und es gehe ja phase 2 jetzt stimmt das jetzt gehe ich auf phase 3 2000 watt hat in etwa unser heizlüfter wunderbar jetzt stimmt es also man hat gesehen dass hier scheinbar gelegentlich bugs sind wenn man hier das nicht richtig auswählt also jetzt für euch für die überprüfung natürlich wenn du keine last hast sollte sich etwas tun nur da kann schon sein wenn im work mode da oben jetzt bei der überprüfung der wandler irgendetwas falsch gesettet ist jetzt probieren wir noch die option zero export to load was sonst dann meldet ziehen durch jetzt 1700 watt ich sehe das nämlich drüben bei mein viktron bei mein em24 erzähler zeige ich euch schnell warum ich diese ganze werte so schnell ablesen kann ich habe da hinten mein em24 aufgebaut ihr seht 1700 watt das ist wirklich der netzbezug der aktuelle und das ist dann gelegentlich dann gar nicht so schlecht wenn man hier einfach so sachen hat zum überprüfen wir sind jetzt da wieder auf der phase 1 ich habe jawohl jetzt haben wir die 2000 watt phase 2 ja wohl bisschen braucht bis die software das ganze meldet und jetzt die phase 3 nur für euch zum abchecken wenn sie eine anlage in betrieb nimmt ich gehe jetzt aber trotzdem schnell in diesem video auch zu den stromwandlern zurück weil hier einfach das ganze schneller von statten findet das heißt wir haben in den advanced funktionen hier no meter das extern müssen wir ab weg geben das häckchen und was auch wichtig ist das wandlerverhältnis die mitgelieferten wandler sind ja 100 ampere wandler glaube ich mit 50 millivolt das sind dann dieses wandlerverhältnis von 2000 zu 1 das heißt die 100 durch 50 so kommt man zu diesem wandlerverhältnis und jetzt möchte ich euch das ganze noch einmal zeigen wie schön das auch mit den wandlern klappt wir haben hier im zero export to the load oder das selling first ich glaube mit cd würde es nicht klappen dass uns das richtig anzeigt versuchen wir es jetzt da ich habe jetzt auf cd gestellt natürlich er kann ja nichts einspeisen weil die batterie aktuell unter zehn prozent ist aber nur dass ihr euch nicht wundert mir meldet das em 24 gerade 1800 watt zurück würde stimmen ja das stimmt natürlich schwankt bei mir jetzt aktuell die last im haus draußen zeigt einmal verblüffenderweise das richtige an aber jetzt gehen wir noch einmal jetzt machen wir die messung mit den stromwandlern damit ihr mich auch versteht warum ich von den stromwandlern so begeistert bin in dem fall bin ich nicht begeistert weil er mir das gerade nicht richtig anzeigt da haben wir es jetzt wieder es waren eigentlich 2000 watt hat er mir aber jetzt nicht richtig angezeigt der kerl noch einmal entweder hat sich jetzt bei der heizlüfter geschichte ein heizstab verabschiedet das kann natürlich auch sein ich werde ihn einmal schnell auskühlen lassen klasse jetzt nur den heizstab auskühlen geht es trotzdem zurück und stelle jetzt nur das ist aber nur fürs testing damit tut er das überprüfen kannst 6 ob die phasenlage zu den stromwandlern passt ist immer lustig wenn man etwas zeigen möchte dass dann es ein wenig reizen tut natürlich idealerweise wenn man keine last drauf hat ist das viel schöner aber in der praxis hat man leider das nicht dass man keine last hat aktuell die last die stimmt ich sehe es man eben 24 drüben auf dem großen computerbildschirm jetzt sollten hier 2000 watt auf die erste phase kommen wunderbar jetzt haben wir es da auf der erste phase zweite phase und ihr seht jetzt dritte phase dass ich bei der dritten phase aktuell ja es geht einen touch schneller mit den stromwandlern aber in der null einspeisung reagiert er schneller das ist ja das was mir bei den stromwandlern so gut gefällt weil er dann einfach hier sauberer arbeitet weil einfach diese millisekunden zeitverzögerung nicht vorhanden sind was sonst halt mit jeden smart meter passiert das gilt aber auch für alle andere produkte was auf dem markt unterwegs sind immer wenn ein smart meter dabei ist klappt die sache nicht so gut weil wir einfach hier geht es mal kurz zu diesen kisten rüber hier einfach überall das ganze ja mit datenschicken entweder mit mode bus rs 485 wie auch immer hier haben wir abtastraten hier haben wir immer eine latenzzeit auch der em24 egal was hier der markt bietet stromwandler und ich habe hier mittlerweile schon eine orgie an stromwandler weil ich ja gerade für die pleite hier dann auch das ac gekoppelte laden versucht zum darstellen und dementsprechend geht es hier zur sache und bereich der stromwandler auch noch mal das zeigt jetzt dass wir jetzt kein blödsinn verzählen richtung die inverte das heißt das netz kommt so und geht so durch hier haben wir manuell noch einmal die kontrolle der pfeil zeigt richtung inverte und wo auch sehr viel miss gemacht wird ist bei den spannungen mit den phasen weil freunde phase 1 muss auch wirklich dann beim stromwandler oder beim stromzähler die phase 1 sein hier den besten test kann man so machen in denen dass wir jetzt gemeinsam hier die hauptsicherung einfach da fahrt man so rein mit dem schraubendreher wenn ihr solche hochleistungsautomaten habe es das heißt hier ist die erste phase weg und jetzt haben wir hier die kontrolle die phase ist weg dasselbe machen wir noch mit der zweiten phase sehr wunderschön wenn man hier ein notstrom versorgt das haus hat weil mit den zehn prozent der batterien klappt das ja auch noch alles tadellos und wir sehen sie jetzt da wir haben noch die bestätigung für die drei phasen und damit jetzt haben wir noch schön aufgeräte und trotzdem obwohl alles aufgeräte ist haben wir hier ordentlich sonne weil ich ja das gesamte wohnhaus hier über diese kiste fahre so ich hoffe liebe kanalmitglieder dass ich euch ein wenig helfen konnte ich sage danke für eure unterstützung dieser zeit dass ich mir richtig gas gebe und mir für euch den arsch aufreißen kann euer mr mining tschüss papa